Herzlich Willkommen zurück. Heute glaube ich ich stehe im Wald. Mir ist nämlich jemand gegen die Karre gefahren. Los geht's! Und sowas ist natürlich nie schön. Ich habe dabei Gott sei Dank ein bisschen Glück im Unglück gehabt, denn der Unfallverursacher hat sich Gott sei Dank bei mir gemeldet. Am Freitag ist es passiert. Ich war bei meiner Mutter frühstücken und mit einmal klopft sie an der Tür und der, der dann vor der Tür stand oder besser gesagt die Person, hat dann gefragt, ob denn der Ford vor der Haustür gehört und ihr wisst genau, wenn jemand so eine Frage stellt, muss da wohl irgendwas passiert sein. Es ist halt jemand rückwärts ausgeparkt und das ist jetzt kein Kollateralschaden, zumindest nicht was das Materielle angeht, aber wahrscheinlich eigentlich was das Finanzielle angeht. Wie gesagt, es ist rückwärts ausgeparkt worden. Schäden, die man auf jeden Fall sieht, sind da die Kratzspuren und der Stoßstange. Der komplette Kotflügel ist durch und man hat es auch noch geschafft, irgendwie gegen die Felge zu donnern. Da fehlt Farbe. Ich denke aber, die Felge selbst ist noch heil. Ich war jetzt gerade bei einem Kumpel, der eine Meisterwerkstatt hat und wir haben dort einfach mal drunter geschaut, weil das größte Problem für mich momentan ist, dass das Lenkrad schief steht. Und wenn sowas passiert, ist das meistens schon kein gutes Zeichen. Wir wissen jetzt nicht, ob es eventuell die Lenkung verdrückt hat, ob es nur ein Spurstangenkopf ist, ob es vielleicht den Querlenker erlegt hat. Wäre halt alles blöd, weil wenn ich den Schaden jetzt, egal was das Final ist, bei der Versicherung einklage und sage, ich will noch einen neuen Original Kotflügel, der mir zustehen würde, ich will eine Beilackierung für die Stoßstange und ich will, dass alles an der Fort Vertragswerkstatt gemacht wird, dann schreibt mir die gegnerische Versicherung die Karre definitiv auf Null, weil machen wir uns nichts vor. Der hier hinter mir hat zwar ein paar Extras und ich mag den Karten ja auch, aber der ist 20 Jahre alt und hat fast 200.000 gelaufen. Was gibt's denn bei einer Versicherung in der Restwertbörse für die Kiste hier noch? Mich hinter das natürlich auch an der weiteren Fortführung meines Videoplans, weil ich habe zwar eigentlich nie einen Plan und filme einfach mal munter drauf los, ich hatte aber für den Tatsache schon nie eine Idee, wie es jetzt weitergeht. Hier kommen natürlich jetzt ein paar Stöcke ins Getriebe, also müssen wir mal schauen, wo sich das Video jetzt hin entwickelt. Und wer jetzt denkt, dass das Video ab jetzt richtig Fahrt aufnimmt und richtig cool wird, nope. Ihr habt ja gerade gesehen, dass man in Dreitüren eine Beule hat, weil mir jemand reingefahren ist und kein Scheiß, mir ist jetzt auch noch jemand in den Fünftür gefahren. Da ist allerdings der Schaden Gott sei Dank nur minimal, ärgern tut es mich trotzdem. Hat schon seinen Grund, warum das Auto bunt ist. Und hier sind ein paar Kratzer, hier sind ein paar Kratzer und auch hier oben sind ein paar Kratzer. Mich persönlich würde das gar nicht stören und die Person, die mir rückwärts gemerkt ins Auto gefahren ist, ich hätte es ja einfach so gemacht. Ohne Versicherung, einfach ist halt wie es ist und so weiter. Wollte die unfallverursachende Person allerdings nicht machen, sie wollte es unbedingt über die Versicherung machen. Machen wir das halt, ärgert mich, weil dauert wieder ewig sicherlich und meine ADAC-Rechtsschutz sagt in dem Zuge auch, sie sind rückwärts gefahren, die ist rückwärts gefahren, aber die kam aus dem Grundstück. Damit ist sie in der Schuld. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Dann, wie ihr gerade seht, bin ich nicht in meiner alten Halle, ich bin gerade in meiner neuen Halle und wir sehen hier so mehr oder weniger das doppelte Lottchen. Den Fokus, den kennt ihr, der hat jetzt eine Facelift-Stoßstange dran, das ist seine ursprüngliche Stoßstange gewesen. Das Auto hat ein sehr guter Kumpel von mir gekauft, der hat ja aber auch einen Kupplungsschaden, Kupplung haben wir jetzt noch gemacht und der hat halt ein Ablöseauto für sein jetziges Alltagsauto gesucht, seht ihr vielleicht, ich weiß es noch nicht, auch irgendwann in dem Video. Und dann seht ihr hinter mir auch noch einen Fokus von meiner Freundin, eine Fahrschulfreundin hat gefragt, ob ich noch ein Auto habe, was man als Fahrenfänger haben könnte und was gäbe es da besseres als einen 1er Fokus. Das Auto hier hinten bekommt eine RS-Editions-Hack-Stoßstange und die Stoßstange, die wir dann hier abbauen, kommt dann hier hin, weil ich bin ja da so ein bisschen penibel. Die Stoßstange ist arg zerkratzt, hat hier Lackabsplitterung und das stört mich natürlich, deswegen fahren wir die von da nach hier. Die RS-Edition kommt dann hier hin und dann will ich auch noch eine Türpappe wechseln, die habe ich ja auch schon da stehen. Die hat nämlich da eine Schmache und wie gerade gesagt, wenn das Auto schon an den Kumpel geht, will ich mich natürlich nicht lumpen lassen, das mache ich natürlich gerne noch. So Delle, ihr seht, ich bin ein bisschen schmutzig, das heißt meistens, ich habe was gemacht. Hier haben wir jetzt das Auto, was genauso aussieht wie vorher, aber hat halt eine neue Stoßstange, die deutlich weniger Kratzer hat. Hier liegt die alte und das andere Kfz ist jetzt eine RS-Edition auch wieder von hinten. Das Ding steht außerdem, wenn es euch interessiert, auf 30er Federn und hat hinten 20er Spurplatten. Sieht denke ich so echt schnuckelig aus. Innen habe ich jetzt auch gleich noch die Türpappe mitgemacht. Wird dann nochmal abgewischt, ist natürlich noch hundeschmutzig und dann habe ich hier in der Halle gleich noch ein bisschen Ordnung gemacht. Habe schon ein bisschen hin und hergerückt, ein bisschen ausgemistet. Das Ganze sieht jetzt zumindest mal ein bisschen ordentlicher aus. Ich bin natürlich hier bloß provisorisch eingerichtet. Das ist momentan meine Werkstattausrüstung, aber für das, was ich momentan hier vor habe, reicht das vollkommen zu. An dieser Stelle ein riesengroßes Danke an meinen Schwiegerpappa in Spee. Der hat nämlich einen Haufen Werkzeug hierfür mit bereitgestellt. Deswegen, Jürgen, wenn du das siehst, danke. Und gleichzeitig noch an alle anderen, die mir geschrieben haben, ob sie mir eventuell beim Hallenumzug helfen können, braucht ihr nicht. Aber danke fürs Angebot. Ich habe diverse Leute, die mir helfen und auf der anderen Seite so viel Zeug habe ich dann auch nicht. Ich denke mal, das sind zwei T5 Transporter und dann hat sich das Thema erledigt. Die Hebebühne aus meiner jetzigen Halle nehme ich eh nicht mit. Hier wird irgendwann noch was hinkommen, wenn ich die Sache mit dem Fußboden geklärt habe. Genau. Und jetzt fahre ich erst mal nach Hause. One pair of pants later. Also so langsam sehe ich Schwarz für das, was ich hier mache. Und nein, diesmal ist mir nicht der dritte Typ ins dritte Auto gefahren. Ich habe ja Gott sei Dank nur zwei, zumindest zwei, die angemeldet sind. Aber in der Halle steht jetzt noch einer. Den gab es für einen relativ guten Kurs. Wie ihr seht, das Ding ist einmal komplett umgebaut. Stoffler Heck, Stoffler Heckflügel, Stoffler, glaube ich, Seitenspeller. Und vorne ist eine Riga RSX oder RRX oder RX. Das Ding hat, glaube ich, mehrere Namen. Da könnt ihr euch was raussuchen. Aber das Design sollte euch bekannt sein. So schaut es aus. Eigentlich war der Plan, das Ding auch wieder zu revitalisieren und als Serienfahrzeug zu verkaufen. Aber ich habe jetzt hier gerade schon mal drunter geschaut. Da ist ungefähr, also auf der anderen Seite ist es deutlich schlimmer, ab diesem Stück hier hinten kein innerer Schweller mehr vorhanden. Und das ist natürlich echt blöd. Hier hat irgendjemand mal die Radläufe gezogen. Und ihr seht, das ist zwar relativ gut geworden damals, aber hier rostet es halt überall. Außerdem stand das Auto jetzt eine Weile. Ich bin gerade mal eine kleine Proberunde gedreht und das Auto fühlt sich echt sehr, sehr, sehr träge an. Es nimmt nicht wirklich Gas an. Die Bremsen bremsen zwar, aber auch nicht so geil, wie es sein soll. Und außerdem scheint auch ein paar Elektrikprobleme zu haben. Der Fensterheber auf der rechten Seite vorne geht nur runter, aber nicht wieder hoch. Rückfahrscheinwerfer gehen gar nicht an. Also er erkennt nicht, dass man den Rückwärtsgang eingelegt hat. Und naja, wir gucken mal. Außerdem habe ich jetzt gerade gemerkt, das sieht man, glaube ich, aus dem Winkel ganz gut, zwischen den beiden Autos ist jetzt relativ wenig Luft, wenn diese Werkbank noch hier steht. Da ist also als nächstes dann irgendwann mal der Plan, die Werkbank einfach mit nachher rüber zu ziehen. Das Regal kommt weg, wo dann das ganze Zeug hinkommt, was man nicht jeden Tag braucht. Dafür finde ich bestimmt auch noch eine Lösung. Genau. Und da heute schon wieder Mittwoch ist und ich das Video, was du ja gerade schaust, noch schneiden muss, mache ich an dieser Stelle wieder Schluss, auch wenn es ja eher eine Nullnummer war. Trotzdem, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, lass mir gerne Abo, Like oder Kommentar da. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleib im Fokus. K K